Dracula hilft heute in Freddy und Gretas Agentur aus. Blöderweise kennt er sich nicht besonders gut mit ihren Computern aus. Oh nein! Dracula hat aus Versehen einen wichtigen Ordner mit Inhaltsangaben der letzten 300 Jahre gelöscht. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als alle gelöschten Inhaltsangaben neu zu schreiben. Aber was ist eigentlich eine Inhaltsangabe? Wie der Name bereits verrät, gibt eine Inhaltsangabe den Inhalt eines bestimmten Textes wieder. Dabei geht es darum, die Kernaussage des Originaltextes auf sachliche Art und Weise darzulegen. Du solltest dich dabei auf wesentliche Aspekte der Handlung beschränken und diese in deinen eigenen Worten zusammenfassen. Eine Inhaltsangabe ist nämlich immer kürzer als der Originaltext. Dracula beschließt, zuerst die Inhaltsangabe für das Märchen Rotkäppchen zu schreiben. In einer Vorarbeit gliedert er dafür den Originaltext in einzelne Handlungsschritte, also in einzelne Abschnitte. Damit er sich besser zurechtfindet, gibt Dracula jedem Handlungsschritt, also jedem Abschnitt, eine treffende Überschrift. Ein Handlungsschritt beginnt zum Beispiel, wenn die Handlung eine Wendung erfährt, der Ort wechselt, ein Zeitsprung stattfindet oder eine neue Figur auftaucht. Anschließend fasst Dracula den Inhalt der jeweiligen Abschnitte in eigenen Worten zusammen. Dabei nutzt er nur Stichwörter oder kurze Sätze. Für das Märchen vom Rotkäppchen könnte das Auszugsweise zum Beispiel so aussehen. Rotkäppchen trifft Wolf. Kleines Mädchen namens Rotkäppchen will kranker Oma, die im Wald wohnt, Essen bringen. Wolf verwickelt das Mädchen in ein Gespräch. Rotkäppchen lässt sich dazu überreden, einen Blumenstrauß für ihre Oma zu pflücken. Auf diese Weise kannst du den gesamten Originaltext übersichtlich auf einem Notizzettel zusammenfassen. Mit Hilfe seiner Notizen kann Dracula mit dem Schreiben seiner Inhaltsangabe beginnen. Als erstes formuliert er eine Einleitung. Dabei nutzt er die Taz-Formel. In der Einleitung informiert er also über die Textart bzw. Textsorte, also zum Beispiel Kurzgeschichte, Gedicht, Märchen. Nennt den Autor bzw. die Autorin den Titel, das Thema des Textes und die Zeit, in der der Text entstand. Dracula schreibt, das Märchen Rotkäppchen wurde von den Brüdern Grimm innerhalb der Sammlung Kinder- und Hausmärchen im frühen 19. Jahrhundert veröffentlicht. Darin wird die Geschichte eines kleinen Mädchens namens Rotkäppchen erzählt, die durch eine List vom Wolf getäuscht wird und somit sich und ihre Großmutter in Gefahr bringt. Im Hauptteil der Inhaltsangabe fasst Dracula dann den Inhalt des Textes zusammen. Dabei helfen ihm die Notizen, die er sich in der Vorarbeit gemacht hat. Dracula beginnt zu schreiben. Nachdem sich Rotkäppchen mit einem Korb voller Essen auf den Weg zu ihrer kranken Großmutter gemacht hat, wird sie im Wald von einem Wolf angesprochen. Dieser fragt sie über ihr Vorhaben aus und führt sie in eine Falle. Während Rotkäppchen dem Rat des Wolfes folgt und einen Blumenstrauß für ihre Großmutter pflückt, schleicht sich der Wolf ins Haus der Großmutter und frisst sie auf. Manchmal sollst du im Anschluss an eine Inhaltsangabe eine weitere Aufgabe zum Text bearbeiten. Das nennt man erweiterte Inhaltsangabe. Die Aufgabe wird in einem zusammenhängenden Text bearbeitet, indem du Aussagen, die du über den Originaltext machst, anhand von Zitaten belegst. Eine derartige Aufgabe kann sich zum Beispiel auf die Beziehung von Figuren oder auf die Textsorte beziehen. Wenn du den gesamten Inhalt in deinen eigenen Worten zusammengefasst hast, bist du beim Schluss angelangt. Ein Schluss wird nicht immer benötigt, kann aber eine gute Inhaltsangabe abrunden. Du kannst zum Beispiel kurz auf die Wirkung des Werkes, mögliche Absichten des Autors oder der Autorin oder sprachliche Eigenschaften der Lektüre eingehen. Achte auch beim Schluss darauf, nicht deine eigene Meinung zu äußern. Dracula schließt mit folgenden Worten ab. Das Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf wurde von den Brüdern Grimm als moralische Erzählung festgehalten, um Kinder auf die Gefahr, die von Fremden mit bösen Absichten ausgeht, aufmerksam zu machen. Zum Schluss überarbeitet Dracula mithilfe seiner Checkliste seinen Text. Seine Einleitung ist vollständig. Er hat die Art des Textes, den Namen der Autoren, das Thema, den Titel und die Entstehungszeit genannt. Im Hauptteil hat er die wichtigsten Handlungsschritte in der zeitlich richtigen Reihenfolge zusammengefasst. Zusammenhänge hat er dabei durch passende Satzverknüpfungen deutlich gemacht. Sein Text ist sachlich und in eigenen Worten formuliert. Zeitform ist das Präsens. Es erscheint keine wörtliche Rede. Die Rechtschreibung und Zeichensetzung sind korrekt. Dracula scheint noch viel Arbeit vor sich zu haben. Aha, Freddy und Greta hatten alle Texte in ihrer Online-Cloud gespeichert. Zum Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017